In diesem Video geht es um die Frage, wie kann Klimaschutzbildung mit Erwachsenen gelingen? Mein Name ist Marianne Dobner, ich bin Fachtrainerin, Methodenliebhaberin und Bildungsgestalterin und auch Mitgründerin des Vereins Hallo Klima. Im Verein beschäftigen wir uns mit konstruktiver Klimakommunikation und motivierender Klimabildung für unterschiedliche Zielgruppen. Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu unterstützen, vom grünen Denken ins grüne Tun zu kommen. Und so freut es mich besonders, dass ich ein paar Insights aus meinen Erfahrungen der Klimaschutzbildung aus den letzten Jahren mit Ihnen teilen darf. In diesem Video stelle ich drei Tipps aus meinem Erfahrungsschatz vor. Tipp 1 Problembewusstsein fördern Hier geht es darum, die wichtigsten Informationen bereitzustellen, um eine Basis zu schaffen für das Problembewusstsein. Worin liegen also die Probleme, die Herausforderungen rund um die Klimakrise und welche Folgen stehen uns bei einem Nichtstun bevor? In der komplexen Welt der Klimaforschung sind folgende fünf Aussagen ganz klar belegt. It's real, der Klimawandel ist real, it's us, wir sind die Ursache, it's bad, er ist gefährlich, experts agree, Fachleute sind sich einig und ganz wichtig, there is hope, es gibt also noch Hoffnung. Und diese Botschaften des US-Kommunikationswissenschaftlers Anthony Lasowitz versuche ich als Trainerin stets begründet zu vermitteln. Und ich möchte noch eine Botschaft des Klimawissenschaftlers Michael Mann ergänzen, der sagt, there is urgency, but there is also agency. Das bedeutet, es ist wirklich dringend, jetzt ins Tun zu kommen und gleichzeitig bedeutet es auch, dass wir noch etwas für den Klimaschutz tun können. Tipp 2 Nicht nur Problembewusstsein fördern, sondern auch Lösungskompetenz unterstützen. Was also jetzt tun wir mit der Klimakrise? Und hier gibt es individuelle und kollektive Lösungsansätze. Im Kontext der individuellen Lösungen ist hier oft vom ökologischen Fußabdruck die Rede. Dabei geht es darum, die Big Points der eigenen CO2-Emissionen zu erkennen und zu reduzieren. Hier kann es Ziel sein, im Lehr- und Lernsetting nach Handlungsmöglichkeiten zu suchen, die Einzelnen in ihren Alltag integrieren können. Wie kann zum Beispiel öfter der Zug gewählt werden als das Flugzeug? Und dabei ist es wichtig, vor Augen zu haben, dass Fakten alleine zu kennen nicht automatisch bedeutet, dass wir unser Verhalten ändern. Hier spricht man vom Informationsdefizitmodell. Karel Mohl, Chefredakteur des Portals Klimafakten, drückt das so aus. Menschen sind nun mal keine Lerngefäße, in die man oben Fakten hineinschüttet und unten Verhaltensänderungen herauskommt. Das kann für Lernende natürlich frustrierend sein und hier ist es also sinnvoll, wenn Transfer- und Motivationsthemen im Lehr- und Lernsetting Platz finden. Und neben der Bewusstseinsmachung von individuellen Handlungsmöglichkeiten ist es auch besonders relevant, kollektive Lösungsansätze zu dramatisieren. Und hier komme ich zu Tipp 3. Den ökologischen Fußabdruck und den ökologischen Handabdruck berücksichtigen. Forschungen haben nämlich gezeigt, dass selbst wenn wir alle unseren Fußabdruck berechnen und verkleinern und der notwendige Wandel trotzdem nicht rasch genug gehen wird. Daher muss der Fußabdruck stets mit dem Handabdruck gemeinsam gedacht werden. Handabdruck bedeutet im eigenen Umfeld nachhaltige Strukturen zu schaffen und auch zu fordern, dass andere Menschen nachhaltig leben können. Sich zum Beispiel für klimafreundliches Essen in der Kantine einzusetzen. Und hier zeigt meine Erfahrung ganz klar, es braucht ein doppelstrategisches Vorgehen. Fußabdruck und Handabdruck berücksichtigen, wenn es ums Lernen rund um Klimakrise und Klimaschutz geht. Denn wir alle können ja in einem klimaunfreundlichen System nicht perfekt agieren. Wir sind alle Teil eines Systems, das von fossilen Energieträgern abhängig ist. Der Handabdruck nimmt auch den Druck von Individuen, weil das auch bedeutet, es muss nicht perfekt sein. Im Gegenteil, Perfektion ist Stagnation. Perfektion kann Stillstand bedeuten. Oder, um es mit den Worten von Anne-Marie Bonneau, einer Zero Waste Expertin zu sagen, wir brauchen nicht eine Handvoll Leute, die Zero Waste perfekt umsetzen. Wir brauchen Millionen von Menschen, die es unperfekt machen. Ja, und das war es auch schon. Ich hoffe, Sie können sich Nützliches für die Praxis mitnehmen. Noch mehr Tipps gibt es in den weiteren Videos. Und diese finden Sie nachher scheinern in der Videobeschreibung. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Falls ja, freue ich mich über einen Like. Vielen Dank und Tschüss. Vielen Dank.